Ja, da kann man glaube ich nur sagen, Klaus, bleib so wie du bist, viel Glück, gesund bleiben, das ist das Allerwichtigste, was man braucht im Leben und das nötige Fingerspitzengefühl, das im Geschäft läuft und auch mit der Familie. Also 20 Jahre, das ist schon eine sehr starke Leistung, auf jeden Fall. Er soll da so weitertragen, er soll seine Herausforderungen annehmen, seine Neuerungen einführen, dann ist er auf einem super guten Weg. Das ist ein besonderes Anliegen, offizieller Programmpunkt des Mitarbeiterjährung, das ist nämlich genau das Team, ohne dass ich gehe. Und ich warte natürlich, dass ich ein ordentlicher Chef bin, ein strenger Chef bin, viel Vorrat vor allem meine Mitarbeiter, deswegen ist mir heute ein besonderes Bedürfnis, dass ich zumindest ein bisschen Danke sage. Das war's. Das war's. Du bist ja, warte TRT. Mein Name ist das Mann psychisch. Ich bin überhaupt nicht mehr gelade, dass ich nicht mehr gelade, Ich kann mich immer gelade, denn viel Zeit, ich bin noch mal gelade. Vielen Dank. Vielen Dank.